Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Octavianus und ich stelle euch hier auf diesem Kanal ein paar Videos rund um den Foodmanager von Sports Interactive vor. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch mal durchklicken. Hier noch die Homepage des Footballmanagers, des Spiels und der Entwickler. Und hier zum Abschluss noch mein Forum. Und ja, hier noch ein kleiner Einblick, wie das Spiel aussieht. Falls ihr also Lust habt, klickt euch durch und viel Spaß auf meinem Kanal.